So, wir sind wieder zu Hause, hatten richtig gutes Essen. Ja, und wir haben uns einfach mega verquatscht. Es war einfach ein wunderschöner Tag und da muss ich einfach manchmal das Handy auslassen. Ich wollte euch nur informieren, dass wir mal geplant haben, morgen das YouTube-Video für euch zu drehen. Das schaffen wir noch nicht sicher, aber wir versuchen. Doch, doch, wir schaffen das schon. Guten Morgen, wir haben 11 Uhr und ich habe bis jetzt geschlafen mit Kyla zusammen. Es wird viel in der Nacht rumgeturnt und ich habe den Schlafwürfchen gebraucht, um ihn zu fett. Ja, was steht bei mir heute auf dem Plan? Ich muss auf jeden Fall in einem Babyladen fahren. Ich brauche einen neuen Schlafsack und Strumpfhosen jetzt, wo es so kalt ist, für die Kleine und ich brauche unbedingt Passbilder. Ja, und dafür muss ich mich richten. Und Sport wollte ich auch noch machen. Und wie süß kann man bitte sein. Es macht auch so Spaß, sich schon mit ihr so zu unterhalten, weil sie einfach süße anfängt zu lang. Geh? Ja? Ja? Oh, Baby. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo gesehen habt, aber gestern war ein ganz tolles Event von Oceans Apart und Sita Maas. Sie hat ihre eigene Kollektion rausgebracht, die übrigens wunderschön ist. Ich erwarte sie schon sehnsüchtig, weil ich habe sie schon bestellt. Sie ist aber leider noch nicht angekommen, habe euch aber trotzdem einen bombastischen Code heute, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und in diesem Zuge zeige ich euch so mein Favorite Set von Oceans Apart, was ich einfach so gerne trage, weil es einfach schwarz ist. Bevor ich mich umziehe, wollte ich euch kurz den Code nennen, weil der ist richtig gut. Und zwar mit Sarah Body bekommt ihr 30% das ganze Sortiment und dürft euch am Ende dann noch eine Hose oder ein Bra aussuchen, den ihr kostenlos nach Hause zugeschickt bekommt. Genau, ich füge euch hier schon mal die Homepage an, ihr müsst nur nach oben zippen und ich ziehe euch um. Ich zeige euch, ich trage diese Sportklamotten so, so gerne. Ja, und schwarz sowieso, also das ist auch meine Lieblings-Sporthose von Oceans Apart. Die habe ich euch letztes Mal schon in Rosa vorgestellt, weil die sitzt einfach so unglaublich toll und shaped so schön, die Beine und den Bauch und den Po, also wirklich. Die sitzt wie angegossen und ich kann euch die gerne mal verlinken. Ja, und dann kann man einfach, wie man sich wohl fühlt, welche Figur man halt hat, ein Oberteil dazu kombinieren. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Tanktop, was ich wirklich sehr schön finde. Verdeckt auch schön den Bauch, ist schön lang, aber es gibt auch natürlich Sportsbra, Hoodies, da müsst ihr euch einfach mal durchstöbern. Oder hier jetzt zum Beispiel der wunderschöne schwarze Hoodie, den habt ihr auch schon ganz oft bei mir gesehen, ich feiere den. Ja, oder hier jetzt ein Sportsbra, also ihr findet da wirklich alles. Ich hoffe, dass jetzt heute oder morgen mein Paketchen ankommt mit der neuen Kollektion von Zitat, da freue ich mich wirklich da drauf. Auf der Homepage seht ihr die auf jeden Fall und auf die gibt es auch mit meinem Code 30% und der war Sarah Body. Genau, ich hoffe, ihr freut euch. Ja, ich hoffe, ihr freut euch.